Willkommen in Fenrir, der letzten Festung der Menschheit. Wir werden nun in deinen Körper Zellen einpflanzen, die denen der Aragami gleichen. Dieser Armreihe wird mit deinem Fleisch verschmelzen. Ich tue alles, um die Aragami zu schlagen. Hey, Rekrut! Wenn du nicht kämpfen kannst, dann versteck dich. Wir räumen jetzt auf. Sie wissen doch, es gibt keinen talentierteren God-Eater als mich. Wie schlägt sich der New-Type? Er hat es nicht umsonst geschafft, draußen zu überleben. Willkommen beim beschissensten Job der Welt.